Helfende Hand, warte darauf, dass der neue Ranger einzieht. Ja, und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Wildflowers. So, erstmal mit Oma sprechen. Ja, das ist gut. Gut, wir hatten in der letzten Folge doch noch Zucker und so gekauft, fällt mir gerade ein. Da könnten wir ja nochmal eben schnell Cupcakes von machen. Beziehungsweise einen Cupcake, weil für mehr reicht es leider nicht mehr. Aber dann haben wir zumindest schon mal was in der Hinterhand wieder. Oh, Kitty. Kitty, was machst du denn hier? Hallo. Hallo. Hey Kitty, was machst du hier? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich nicht, weil ich habe eine Katzenallergie. Aber ja, auf jeden Fall. Ah, pelzige Freundin habe ich freigeschaltet. Katze ist Terras Haustier. Oh. Kann man die trotzdem nochmal streicheln? Ja, kann man. Das heißt, wenn ich die jetzt suche, müsste die ja... Kaulbarsch? Kaulbarsch? Ja? Hieß das jetzt, dass ich einen bekommen habe oder dass du den gerne mag? Aber das Herz ist ein halbes hochgegangen, hier oben nicht. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Moment, hier ist endlich mal ein Ausrufezeichen drin. Ja! Oh. Oh, endlich. Wir haben sogar auch Bienenwachs noch dazu bekommen. Das ist ja cool. Ähm, das dauert noch einen Tag. Das ist in Ordnung. Die können wir direkt schon mal... ...nehmen. Da steht aber nicht drin, wie lange die brauchen. Die Korten konnte man eigentlich gut verkaufen. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich davon überhaupt gebrauchen kann. Achso, doch da. Warte fünf Tage. Warte sechs Tage. Joa. So lange kam mir das jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Achso. Jetzt hat es schon wieder geregnet. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Drei Tage. Und hier... ...fünfeinhalb Stunden. Also kann ich das wieder später abholen. Oh, Mann. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. So, dann schauen wir mal. Ich sehe hier schon wieder Unkraut. Das ist sehr gut. Ich sehe hier auch etwas liegen, was jetzt eigentlich blöd war. Obwohl, naja, andererseits... Ich habe jetzt nur einmal drauf gedrückt. Ich wollte nämlich die Ausdauer eigentlich sparen. Deswegen meine ich, dass es eigentlich blöd war. Jetzt muss ich nur hier überall aufpassen. Weil jetzt kann ich ja überall die Steine machen und alles. Ah, Gott, oh Gott. Hä? Achso, das ist ein Vogel und ein Schmetterling. Ich wollte gerade sagen, das sei jetzt so... Ja, weil wir müssen ja noch in der Mine arbeiten. Aber ich würde sagen, die Dinger, die wir hier so auf dem Boden rumliegen sehen, das ist ja nur immer einmal draufschlagen, wirklich. Dass wir die auf jeden Fall mitnehmen. Den Schuppen müssen wir ja dann ja auch nochmal irgendwann machen. Wobei ich halt nicht weiß... Also gestern konnte ich davon nichts wegmachen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. So, wir gehen erstmal zu Thomas. Der hat ja einen Garten. Der ist ja in der Regel doch was früher auf. Sagte sie und fand ihn nicht. Doch, Esther. Ist am Blumengießen, meine ich doch. Was sollte man sonst am frühen Morgen machen? Also, wenn man Selbstversorger ist. Tja. Man sollte immer nur das jagen, was man auch wirklich ist. Das ist das große Problem, was viele nicht verstanden haben. Wobei ich dazu sagen muss, ja, klar, in der heutigen Zeit ist Jagen natürlich eher unpraktisch. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, okay. So, was ist jetzt hier mit? Die sieht jetzt super aus, aber da ist jetzt keiner da, oder was? Kann ich auch nicht reingehen? Das ist meine Range. Ich hab die bezahlt. Ich will hier alles machen können. Wer übernimmt die denn jetzt? Das finde ich nie nett von euch. Da steht aber jetzt nicht drin. Warte darauf, dass der neue Ranger einzieht. In dem Brief stand doch, dass der heute einziehen soll. Hm. Bin ich ein bisschen... Skeptisch. Ob das jetzt alles so funktioniert. Vor allen Dingen, dann ist ja auch eine neue Person da, ne? Hey, Parker. Hey there, little miss. Is everything okay, Parker? You've known Lena for a long time, right? Only a little from when we were kids. But we didn't see each other for many years. Why? Sie ist eine Frau, das ist normal. Wir Frauen verstehen euch Männer auch nicht. Selbst nach zehn Jahren nicht. Also wir wissen, wie ihr handelt, wenn man was Spezielles macht und alles. Aber verstehen tun wir euch trotzdem nicht. Ist klar. Aber zum Rathaus sollte ich wirklich mal... Wo ist der Typ denn, wenn er nicht da ist? Oder ist der jetzt in der Kapelle? Aber Samstags? Ja, ähm... Ach, da hat er aber eben noch was ganz... Also nicht eben, aber in der vorherigen Folge noch was ganz anderes gesagt. Da passt das mit dem Bruder. Aber dein Bruder hat das gleich über dich gesagt. Und hat auch von einem Bruder gesprochen. Ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr jetzt vom Geschlecht der seid. Und ja, es gibt tatsächlich nur zwei Geschlechter. Ja, das hatten wir auch schon mal. Das finde ich doof, dass die Sprüche sich immer wiederholen. Aber das will man machen. Das Problem ist halt, man muss jeden Tag mit denen reden, damit sich das erhöht. Und da man ja offenbar nichts, was man nicht selber hergestellt hat, an die Leute verschenken kann. Was mich ehrlich gesagt ziemlich wütend macht irgendwo. Also ich werde es dann wieder beim Kaffee verkaufen müssen. Ich habe zwar mega schlechten Verlust dadurch gemacht, aber naja. Man kann es halt nirgendwo anders benutzen. Also wer mich mit einem Schaf vergleicht, hat noch nicht rausgefunden, was ich alles weiß. Das brauchst du mir gar nicht, damit brauchst du mir gar nicht anzukommen, Cameron. Ganz ehrlich. Ähm, in der Schmiede waren wir noch nicht. Genau. Da gehen wir auch mal hin. Aber wir haben die zwischendurch noch vergessen. Ah, ja, dein Honig, dein Honig, ja. Ja. Dafür müsste ich erstmal wieder was herstellen. Aber das Geld nehme ich natürlich gerne, was ich da durchbekommen habe. Also die hat mir schon einen Vortrag gehalten. Da war ich, glaube ich, erst drei oder vier Tage da. Und habe noch nicht allzu viel gemacht. Ähm, oh. Nicht baggen. Ich wollte sehen, wie du die Brötchen da hinlegst. Och Mann. Ja, ich habe Schoko-Cupcakes gemacht. Außerdem so schwer ist das gar nicht, Junge. Ich kann bei dir eingestellt werden. Hi. Im Moment, mit dir habe ich doch... Ne, mit dir habe ich gestern gesprochen. Angus was being all snarky about Vanessa's baking skills after he saw her taking cupcakes to your place. But she's doing her best. I'm sure most first ladies don't care as much about their citizens as she does. So, jetzt können wir aber dahin. Das Problem ist, äh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal zurück. Zum einen wegen dem Wald und zum anderen wegen der Werkstatt. Wobei, Werkstatt bin ich jetzt gerade ernsthaft am überlegen. Wir haben ja Samstag, ne? Ich glaube, beim letzten Mal hatte die Samstags nicht geöffnet. Ähm, da habe ich mir noch diese gedankliche Brücke im Endeffekt gemacht, dass, ähm, bei dem Autohaus, wo ich gearbeitet habe, ähm, da gab's auch Öffnungszeiten samstags, aber da war die Werkstatt halt auch nicht geöffnet. Ja, sie hat auch geschlossen, ich sehe schon. Oh, dafür kann ich hier noch eine Nuss, eine Erdnuss holen. Das ist auch was Schönes. Und ich glaube, wir können die Blumen auch nochmal holen. Da fällt mir ein, wir haben den Trank noch gar nicht... Doch, den Trank hatten wir ausprobiert, ne? Stärkungstee. Etwas weniger als die Hälfte, habe ich aufgeschrieben, genau. Haben wir doch ausprobiert. Hier hinten ist nichts mehr. Ja, das Holz nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Da hinten ist die, mit der ich auch noch reden wollte. Ne? Ja, genau. Oh, halt. Da ist noch was zum Einsammeln. So, nicht abhauen. Ja, es tut mir leid, dass ich noch nicht dafür sorgen konnte, dass der Sommer hergekommen ist. Mein Problem ist nur... Nein, bleib stehen. Mein Problem ist nur, ich brauche zwei Dinge. Einmal Kupfer und einmal dieses andere Zeugs. Ich weiß nicht mal, was es war. Ich muss mich mal darum kümmern, unten noch dieses eine Teil aufzubauen. Dafür brauchten wir, glaube ich, nur Eisen. Ja, so viele leider noch nicht. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber ich meine, klar, je mehr ich natürlich vom Grundstock her habe, umso besser ist das für mich. Also, was ich mir merken muss, bevor ich die Folge beende heute. Genau, heute Nacht, meine ich doch. Dann haben die nämlich immer diese Blüten oben dran. Bevor ich die Folge beende, muss ich auf jeden Fall noch Nacht machen, dass ich noch die Blumen hier einsammeln kann. Weil, wenn man nämlich gar nichts mehr hat, sind die gar nicht mal so schlecht für den Stärkungstee. So, da waren wir überall drin. Aber wo ist der Bürgermeister? Eigentlich kann der jetzt nur noch irgendwo am Wasser sein. Da oben gehen wir jetzt wieder zurück. Da müssen wir zwar auch noch hin, weil wir müssen heute noch in die Mine. Ja, du bist der von der Werkstatt. Nee, mit dir habe ich aber schon gesprochen. Also, du bist schon der von der Werkstatt, glaube ich, aber mit dir habe ich schon gesprochen. Okay. Dann schauen wir erst mal am Strand nach. Ob wir da eventuell... Aber wo kann der Bürgermeister sonst noch sein? Das Einzige, wo wir tatsächlich nicht waren, war der Strand. Es sei denn natürlich, lief jetzt gerade darum, wo ich vorher schon war, wo ich jetzt nicht mehr hingegangen bin. Das kann natürlich auch sein. Hier ist definitiv schon mal nichts. Die Blaubeeren müssten doch eigentlich auch bald wieder... Habe ich mit dir schon gesprochen heute? Ja. Ich würde euch gerne alles anbieten, aber das funktioniert so leider nicht. Ah. Ich sage doch, die Blaubeeren müssten auch bald wieder durch sein. Das sind auch immer neun, die ich bekomme. Das ist schon mal gut. Weil für irgendeinen Drink oder so brauchten wir ja auch welche. Wobei, dafür brauchten wir auch Erdbeeren. Die kann ich, glaube ich, noch nicht mal kaufen. Und noch was anderes. So, hier unten ist jetzt keiner. Nee. Ja, Bürgermeisterchen. Keine Ahnung, wo du jetzt schon wieder hin bist. Ich würde gerne den Leuchtturm reparieren. Dazu brauche ich dich aber, damit ich da weiterkomme. Ich würde gerne oben die Brücke machen, damit wir da endlich mal oben den Weg weiterkommen. Nichts passiert hier. Ach nee, die Wrench, die ist unten. Wollte ich noch irgendwas zwischendurch machen? Äh, doch den Trank wollte ich noch machen. Lief da gerade jemand? Ach, das war die Katze. Okay. Ich dachte schon. So. Ich denke nämlich, dass wir dafür Mörser und Stöße gebrauchen. Ach, das können wir sogar. Wunderbar. Wunderbar. Ähm. Wo können wir das denn am besten hinstellen? Können wir das da hinstellen? Ich weiß es nicht. So, davor. Stört die nicht, die Lampe? Nö, anscheinend nicht. Okay, perfekt. Wobei wir das dann... Ne, das können wir nicht näher heranstellen. Na gut. Dann nicht. So. Knochenmehl, Calciumpulver. Genau. Ach, dafür brauche ich die Muscheln. Und vor allen Dingen... Ach, ich kann hier selber Mehl herstellen. Wie geil ist das denn? Aber ich darf jetzt noch nicht, weil ich habe ja noch diese eine Quest. Ja. Und dann brauche ich als letztes noch die Kupfer-Assens. Die brauche ich dann wahrscheinlich bei diesen Destillierzeugs-Dings da. Äh, Destille. Genau. Ich denke mal, dass ich die da... Aber dann brauche ich noch einmal einen Kupferbarren. Kupferbarren und ein bisschen Holz. Ja, machen wir uns das doch mal zur nächsten Aufgabe. Kupferbarren und ein bisschen Holz. Weil der Bürgermeister ja eh irgendwie nicht kommen will. Also nicht auffindbar ist. Und der Typ von der Ranch irgendwie auch nicht kommt. Keine Ahnung. Vielleicht mal zwei Pilze noch mit einsammeln. Sehr schön. So. Sind wir aber schon ziemlich weit hier, ne? Weiß ja nicht, wie weit das da noch geht, wenn wir jetzt hier schon bei sieben sind. So. Jetzt laufen wir hier natürlich völlig falsch rum. Äh, da geht's rum. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch noch Kupfer finden. Ich glaube, eins haben wir noch. Ein Kupfererz. Das ist natürlich wieder Eisen. Und Holz müssten wir dann auch noch holen. Ah, perfekt. Kupfer. Okay. Ja gut, Kupfer brauchen wir so oder so. Also können wir jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Zumindest bis die Energie zu Ende ist. Weil wir brauchen ja auch noch den Schlüssel hier. Den müssen wir ja auch noch finden. Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht auf dieser Seite. So. Dann. Würde ich sagen, dass ich erstmal rausgehe und noch ein bisschen Holz hole. hier. Ich habe ja jetzt so tolle Tränke und alles. So. Das ist aber auch ein langer Weg hier. So. Was haben wir denn genau? Wir haben Fischstäbchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar reichen würde. Andererseits muss ich dazu sagen, Fischstäbchen, glaube ich, machen wir lieber, nutzen wir lieber, um Geld damit zu verdienen. Ähm. Belebender Trank. Den haben wir noch gar nicht aufgeschrieben. Wir filmen gerade auf. Belebender Trank. Der war ja, glaube ich, irgendwie die Hälfte. Wenn mich nicht alles täuscht. Und wir brauchen ja doch ein bisschen mehr Holz, ne? Wobei, äh, Cupcakes und den würde ich schon gerne aufbewahren, aber es geht ja nicht anders. Nehmen wir den. Ach nee, der ist sogar komplett. Ach. Das schreibe ich mal direkt dahin. Komplett. Weil den muss ich auf jeden Fall nebenbei immer mal wieder machen. Ja, dann behalte ich den erstmal. Nehmen wir jetzt erstmal hier den Cupcake am besten. Schmeckt sowieso besser. Äh, dann behalte ich den nämlich erstmal für, wenn wir wirklich mal so einen Tag haben, wo wir ganz, ganz viel Eisen oder, oder Kupfererz holen müssen. Das wäre vielleicht besser. So. Warum mache ich das eigentlich nicht direkt hier in der Mitte? Weil da muss ich ja sowieso die Bäume wegmachen. Über kurz oder lang. Nein! Och. Ja, obwohl, ja, doch, in dem Fall ja. Äh, weil ich muss die ja hier weg haben. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr genau weiß, wie viel wäre jetzt überhaupt hier. da ist noch einer. Wie viel wäre es hier überhaupt brauchen? 36. Das ist nämlich ran an den Schuppen. Das andere ist nämlich nicht mehr drin. Das ist das, was ich ein bisschen komisch fand. Dafür brauchen, achso, 200 Gold auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall 50 Holz. und das, was ich eigentlich hier unten machen wollte. Echt jetzt? Jetzt schon? Dann müssen wir noch mal Cupcakes essen. So. Yes! Yes! Vor allem war das gerade so richtig so Ski-Halken-mäßig. So einmal, nein! Och, böses Mädchen. Ja, böses Mädchen. Geh nach unten. Ich will das Holz einsammeln und nicht hier irgendwo drauf hauen. Nein! So. Na gut, dann machen wir das eine noch. Zack! So. Dann. Bringe Parker die Baumaterialien. Sehr schön. Äh, ich werde jetzt aber mal unten rum gehen, in der Hoffnung, ob vielleicht nicht doch noch eine Möglichkeit bestehen sollte, ähm, dass wir, jetzt glaube ich hier auch noch total doof, äh, dass wir die Ranch, also die Sache mit der Ranch noch machen können, weil der war die ganze Zeit nicht da. Und ist scheinbar immer noch nicht da. Hm. Tja, der hätte doch gesagt, das soll heute gemacht werden, oder nicht? Na gut, vielleicht muss ich auch tatsächlich noch einen Tag warten, ich weiß es nicht. Ich habe den Brief jetzt nicht mehr so im Kopf. So, ach, der ist die Tauben am Füttern, deswegen sitzt er hier. Ähm, ach, der Bürgermeister, nee, oder? Ach so, wir können ja auch gar nicht zu dem einen gehen, der ist ja, äh, haben wir Samstag. Ja, aber kein besonders guter, muss man dazu sagen. Gut, aber wir müssen trotzdem noch mal kurz in den Wald gehen, ähm, damit wir dann da die, die, was waren das, nochmal Mondblumen, glaube ich, äh, noch ernten können. Das heißt für mich, dass ich dann jetzt auf jeden Fall noch die nächste Folge aufnehmen muss. Gut, für eine Folge habe ich auf jeden Fall noch Zeit, die aufzunehmen, ähm, weil ich unbedingt wissen will, was jetzt aus der Ranch wird und weil ich das andere natürlich auch in Auftrag geben werde. So, das heißt, ich werde das Ganze jetzt beschleunigen, dann die Blumen pflücken, da braucht der ja nicht dabei zu sein und wir sehen uns dann, ja, eigentlich nur noch zum ins Bett gehen wieder, deswegen sage ich mal, bis zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich endlich die Sache mit der Ranch machen können. Ciao! Ist es Zeit für das Bett?